Moin moin YouTube, herzlich willkommen zu, ich glaube mittlerweile Folge 7 von Subnautica und wir waren letztes mal fleißig am Bauen und das machen wir jetzt erstmal auch weiter. Ich kenn's selber noch gar nicht. Ein Solarpanel wollte ich bauen, genau. Ah, die muss ich außen bauen. Stand auch dran, ne? Aber ich bin ja nicht so schlau, wie ich aussehe. Können wir das da so irgendwo einfach so an die Seite bauen? Oder muss das so speziell? Wir bauen's mal dahin. Zack. Yay, es ist betrieben. Und die Power chargt langsam. Cool. So, dann könnten wir ja jetzt erstmal Möbel bauen. Small locker, locker brauchen wir Glas und Quarz für... Brauchen wir alle Sachen für... Fragment Analyser, den würd ich gerne bauen. Wirring Kit und Computer Chip brauchen wir dafür. Ähm, für den Computer Chip bauen wir schon mal, für zwei selber, das wird auf jeden Fall schon mal fix gemacht. Und... Equipment... Was ist denn Rebriever? Absorbt CO2, Recycle. Can use it greater deaths. Okay, cool. Ne, ähm, was ich bauen wollte ist eigentlich... Was braucht das nochmal? Table Corel und Quarz. Ja, müssen wir nochmal nach Quarz suchen. Ich hab irgendwie kein Déjà-vu. Ähm, Table Corels haben wir zwar oben noch, aber die können wir jetzt hier auch mal eben abkloppen. Das sind sogar die hier, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich hab noch mehr... Ich hab noch mehr von mir gebraucht. Nehmen wir lieber mal das Doppelte mit von dem, was wir benötigen. Und suchen wir dann nach Quarz, weil das wird irgendwie... Nicht langweilig. Beziehungsweise wird schon langweilig, aber es ist sowieso, was ich meine, ne? Ähm, ich möchte nicht gefunden werden. Es ist ein sehr... Scheues Quarz. Und wir... Wir pürschen uns langsam auf der Jagd nach dem Quarz am Boden entlang. Und... Erschre... Jetzt nicht erschrecken. Erschreckt es nicht. Hier ist eine ganze Herde Quarz. Alter, was geht denn jetzt ab? Wir haben wirklich gar nichts und dann... Zack, vier Stück. Ah, Gold. Oh, noch mehr Quarz. Alter, wie viel Quarz jetzt hier ist. Wahrscheinlich war das gerade eben auch schon alles da. Ich hab's noch nicht gesehen. Das kann natürlich sein, ne? Schön ist, da könnte man nämlich auch mal Glas rausbauen oder so, falls wir das dann wirklich benötigen sollten. Weil ein bisschen was haben wir ja auch noch dabei. So. War auch gut, dass wir das in der Nähe des Lifeboards gebaut haben, weil so wird es immer angezeigt, wo wir in etwa hinschirmen müssen. Ist ja relativ nah dran. Ja, komm her, Arschloch. Zack, Alter. Und weg. Aber hier hat mich noch gebissen, der Penner. Frecher Typ. Erstmal reingehen. Use Fabricator. Und wir bauen einen Computer-Typ. Warte mal, wir brauchen nicht so einen Computer-Typ. Ich muss erstmal nochmal hier... Also könnten wir... Eigentlich wäre das ein großer besser, wenn wir den hätten. Da müssen wir auf jeden Fall einmal Glas bauen. Das ist ja kein Problem. Da waren wir ja genug Sachen dabei. Also. Alter, ist das hell. Bauen wir... Das geht doch, den wollte ich bauen. Da brauchen wir den Computer-Typ für. Und locker. Und wir würden hier in die Ecke. So. Nicht. So. Steht nicht ganz gerade, aber... Who cares. Oder können wir... Ah ne, wir können die Sachen ja nur aus dem Inventar benutzen. Das wäre eigentlich cool, wenn das darauf zugreifen könnte. Da brauchen wir Wasser. Einen Computer-Typ müssen wir bauen. Ich muss doch gar nochmal auf die Jagd gehen. Fragment-Analyzer. Wie so ein Mülleimer. Der wird ja am besten genau. Passt da gut in die Ecke, oder? So, nicht fertig gewesen. Packen wir da mal so ein Fragment rein. Wir haben ja so eins da. Okay, mehr fahren wir gar nicht dabei in die Fragmente. Gehen wir mal kurz... Ah, erstmal wieder oben in die Basis, weil das gerade noch relativ... ...dunkel ist. Ich glaube, wir haben sogar noch was zu trinken dabei. Oh Gott. Wir sind bald tot. Okay, die können ja so kaputt gehen. Ohohohoho. Ähm. Gucken wir mal kurz ins Inventar. Haben wir noch einmal Wasser dabei. Fragment, 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 Fragment. Und dann können wir auch langsam... ...unsere Sachen packen. Um umzuziehen. Bin ich gut. Weil wir werden erstmal die... ...wichtigsten Sachen mitnehmen. Kann ich jetzt rausgehen gerade, oder ist das zu gefährlich? Was ist das, was hier liegt? Inventarys voll. Vielleicht würde ich gerne sehen, was das ist. Oh, guck mal. Gunny steht da. Schön aufrecht. Kein Stalker in der Nähe. Und Stalker ist nie, glaube ich gar nicht, ne? Oh doch, Stalker ist nie. Ach doch, hast du dir richtig gemerkt, ja, wohin passiert auch manchmal. Wie das wackelt. Ja, wackelt echt. Wie darf ich ihn locker nicht benutzen? Neue Technologie eröffnet. Sieh mal auf Blueprint. Und wenn ich da jetzt noch mehr Stasis-Dinger reinpacke und dann noch zwei C-Maus. Einfach weil ich's kann. Wie darf ich den Locker nicht benutzen? Okay. Scheinbar ist das verboten. Dann. Small Locker haben wir keinen Titan für. Zumal kurz den benutzen, um daraus Titan zu machen. Also, das ist echt saumäßig hell. Und ich hab schon Licht an bei mir. So. Small Locker. Einfach genau hier neben. So, jetzt geht's doch. So. Dann können wir da nämlich schon mal das ganze Kupfererz reinpacken. Und auch schon mal den... Also immer so den Großteil, denke ich mal. Packen wir hier einfach nur Erze rein. Das ist doch voll die gute Idee. Wenn ich den Tank... Und dann könnten wir nochmal einen... Und dann kann ich ihn sogar umbenennen, ne? Dann nennen wir den nämlich einfach... Erze. Und dann baue ich noch einen davon. Wo mir das Titan fehlt. Aber das macht ja nix. Dann bauen wir nämlich noch einen. Äh, wir haben ja... Äh, blöd, ich hab das Titan weggepackt. Ich bin ein Idiot. Dann baue ich die echt nicht mehr. Okay, interessant. Dann bauen wir nochmal einen Small Locker. Hängen den da an. Und bauen gleich noch einen Small Locker. Hängen den daneben an. Die sind eigentlich voll gut. Wenn man gerade mal die umbenennen kann. Dann benennen wir den hier nämlich in... Äh... Und packen da dann... Düt, 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 düt rein. Ding hier nennen wir in... Quartz. GTC. Da packen wir dann... Äh... Silicon Rubber und so einen Scheiß rein. Und du bist irgendwie echt useless. Ach so, was kommt? Ich hab dich gebaut. Ich Idiot. Kann man denn jetzt eigentlich... Was ist denn, wenn ich... Genau, wenn ich den jetzt deconstrukte. Bekomme ich dann die Sachen da wieder raus? Cool, bekomme ich tatsächlich. Das ist natürlich nice. Oder, ob ich jetzt alle rausbekommen oder nur ein Bruchteil? Ne, das hätte ich alles. Cool. Dann brauchen wir nochmal irgendwie ein Quarz gleich. Aber das kann ich ja von... Unten holen. Auf jeden Fall... Müssten wir jetzt bei der... Kann ich jetzt die Vehicle Bayer nicht bewegen noch? Weil die hängt da ja schon jetzt ein bisschen doof. Wenn ich mir so drüber nachdenke. Okay, es geht noch. Ich kann sie noch bewegen. So. Schöne Stück da rüber geschoben. Müssen wir nämlich damit eigentlich ein Siemeraufberg mitbauen können. So. Du bist da. Dann gehen wir nochmal ganz kurz gucken. Und dann brauchen wir... Ich brauche gleich was zu essen. Sonst wird das echt ein bisschen eng. Und vor allem könnten wir mal kurz gucken, ob ich nochmal ein Erste-Hilfe-Ding herstellen kann. Das ist echt unter Equipment. Greenball und Bleach. Okay. Bleach müssten wir eigentlich herstellen können mit den Sachen, die ich irgendwo habe. Die habe ich unten halt. Aha. Ist natürlich doof. Dann nehmen wir auch... Wir nehmen jetzt auf den Eil ein bisschen mit. Weil die werden wir schon noch irgendwann brauchen. Ach, es wird günnie. Chill doch mal. So, ein paar Acid Mushrooms. Wir haben kein... Kein Messer fällt mir gerade auf. Desto trotzdem müssen wir Fische essen. Und die Fische werde ich hier schon irgendwo finden. Zwangsläufig. Nachdem wir gerade eben nochmal Bottler-Meister-Reloaded waren. Sollte ich ein paar Fische finden. Unmöglich. Hier ist nochmal was für Titanen. Nachher damit. Und Quarz wäre auch schön, wenn wir da was finden würden. Wäre gerade eben schon so Glück gehabt. Vielleicht haben wir das auch nochmal. Und das ist auch immer noch mehr Titanen. Davon nehmen wir eins noch mit. Das andere. Das wird dann irgendwann ein bisschen schier. Und diese scheiß Hauberfische. Die sind echt kacke. Die will ich nicht essen. Salt. Salt, salt, salt. So was anderes gibt aus... Ich habe, wenn ich mir überlege, haben gerade quasi die Blutprint für ein Gewehr gefunden. Könnte nice werden. Mal gucken mal, das brauchen wir uns zu bauen. 30 Sekunden von Oxygen remaining. Nee, chill dann leben. Ist hier irgendwas drauf noch? Außer... Da ist auf jeden Fall Essen noch. Ein Gary-Fisch. Wir können ja jetzt nochmal circa so viel Essen mitnehmen wie gerade eben auch. Einfach aus... Komfort-Gunden. Das ist Quarz. War da noch mehr Quarz? Nee. Sieht nicht so aus. Ja, ja, ich weiß. Oh Gott, er ist nicht losgelöst. Wir sind tot. In der Mitte. Den Gary-Fisch und das Quarz haben wir verloren. Ich habe ja alles verloren von da aus. Ach, Mann, das ist traurig. So, ähm... Kein Tito... Ach, ja, bin ich dabei. Ich tot. Jetzt habe ich nicht so überhaupt mit dabei. Titan habe ich dabei. Krieg ich ja weg. Genau, ich wollte nämlich jetzt noch einen bauen, wo ich... Wo ich Erze und so... Äh, Quarz, wo ich... Ähm... Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht laufen. Gold. Ich liebe Gold. Oh Gott, sagen will der mich gar nicht angreifen. Schön hier. Links rechts und so. Erze. Gold. Ich habe gar nicht so, ich habe das zweite Gold gefunden. Nice. Halt. Oh Gott, wie ich immer, dass ich es immer vergesse. Ich sollte lieber Messer bauen. Bevor ich hier irgendwas mache. Tools. Knife. Titanium und Silicon. Okay. Also einmal Titan. Ich will nochmal das Tempel des Anreis zu bauen. Und... Und... Einmal... Silicon Lover. Personal Tools. Survival knife. So, und... Vor allem, was ihr ja alles sehen wolltet, dass wir die nächste Folge machen. Und zwar uns ein Schiffchen bauen. Ähm... Jetzt werden wir erstmal... Gucken, was wir dafür brauchen. Können wir wieder mehr essen und trinken. Modular Vehicle Bane. Vehicles. Zieh mal auf. Dreimal Titan und einmal Lubricant. Das können wir bauen. Haha. So gehört es nicht das. Und das andere Ding braucht er was nochmal. Ja, ein bisschen mehr. Also. Das Zeug für das Lubricant sammeln wir nochmal ganz kurz. Wir können jetzt auch die Fiecher wieder vertreiben, wenn sie uns zu nahe kommen. Oder einfach so, weil ich einfach mal... Zack. Und weg ist er. Äh... Lubricant ist halt genau das da vorne. Das bauen wir da raus. Ich hab sogar noch eins unten in der Kiste gehabt, ne. Ist auch egal. Warum halt ein neues. Scheiß draus. Ich bin... Äh... Wohnst du hier? LOL. Was tut das? Was tut das? Alter. Fuck. Ich dachte, das wäre süß. Ich wollte es essen. Das ist auch eine schöne Herangehensweise eigentlich. Ich will dich abmachen. Schlitz dich auf. Schlitz dich auf. Isst dich, Alter. Keine Fische, die hier rumschwimmen. Weil wir sind eh mal nur so scheiß Hoverfische, ne. Ja, das ist ein scheiß Hoverfisch. Aber die kosten einen immer was zu trinken, weil die ist und das ist nicht so toll. Ich muss sogar noch mal auf die Suche gehen. Noch haben wir ja auch ein bisschen Essen und Trinken. Weil... Lass uns mal da jetzt machen, was besser. Dann kann ich nächste Folge gleich mit dem Bauen von dem... vom Schiffscher anfangen. Was ist der denn da? Hat der Copperohr hochgeworfen oder Gold? Aber... Sei lieb. Sei lieb. Du bist tot. Ja, verdient. Das greift er mich auch so doof an, ne. So, da ist ein Pieper. Zwei Pieper. Da geht eine Menge Titan nochmal. Ja, komm, eins kann man ja noch mitnehmen, ne. Ich will mich jetzt wieder ablenken lassen von dem Pieper. Ist auch geil, ne. Einmal Titan, das müsste Copperohr sein, wenn es hier runtergerieselt ist. Ich kann irgendwie Copperohr und Gold noch nicht ganz unterscheiden. Ich spiele ja auch aus sieben Parts. Oder ist es bei sieben? Ich glaube, es ist bei sieben. Ich habe es am Anfang so gesagt und ich habe es vergessen. Das ist... Mal wieder hier richtig gut mit am Start. So, zack, weggesnackt. Ja, für... Alter, what the fuck. Frame, droppity, drop, drop, drop. Irgendwann reicht es mit Titan nochmal. Ein paar Airsacks wären nice. Wir haben noch relativ viel trinken und kriegen ja auch immer ein bisschen trinken durch die Viecher. Der hat mich gerade genasst. So, kurz auftauchen. Sonst ersticken wir. Das wollen wir gar nicht. Schauen wir mal ein Stückchen in die Rechte an. Da unten ist noch so ein Gönigding. Auch immer schön, diese Treppe. Hier sind auch noch jede Menge Stücke von der Aurora. Ich meine, wir haben ja den Platz im Mentale, ne? Dann nehmen wir nochmal eins mit. Wir können jetzt jetzt ja auch genug Platz bauen. Da ist ja noch Quarz, das ist auch gut. Dann können wir nochmal einen... ...unfalls ein Storage-Ding mehr bauen, falls das nicht reichen sollte. Ich höre hier nur Pipa, aber Pipa will ich nicht haben. Ich meine, die sind auch gut kurzfristig zum Essen, aber... Copper, oh ja, why not? So, mit Titan. Ach nee, es reicht. Es reicht nicht mehr Titan. Ähm... Wärstetrotz hätte ich gerne entweder mehr Quarz oder neue Fische. Nicht Hoverfische, die sind scheiße. Zack, Alter. Weggesnackt. Nee, gar nicht. Das lebt noch. Egal. Was haben wir hier? Stasis Rifle-Fragment. Ob man diese Blueprint verbraucht, wenn man die einmal benutzt und deswegen mehrere Fragments findet? Oder sind die einfach... ...nur, damit man die leichter finden kann? Ja, das ist schön, aber hier ist in einer Hinsicht Quarz und in der anderen Hinsicht sind hier fliegende, fliegende Cola-Flaschen. Pepsi-Bottle. So, jetzt schon mal nach oben, das reicht nämlich erstmal, 40% Wasser plus die paar Prozent, ja, ja, wie wir noch von den anderen Fischen bekommen. Da langt das. Oder ist nur noch einer. Oder würde ich mal nicht mehr können. Nehmen wir auch noch am besten einen von den Piepern mit. Komm schon. Oder wie ich den nicht treffe? So, da ist noch ein Airsack. Nehmen wir den auch noch mit. Komm, schätzen wir ab hier. So. Mal gucken, ob wir hier noch Quarz sehen. Das könnten wir auch noch gebrauchen, tatsächlich. Wenn hier noch was wäre, unter Umständen. Unter umständlichen Umständen. Da ist noch Quarz. Ne, wir müssen vorher Luft holen. Ähm, da gehen wir davon aus, dass wir sogar noch mehr Quarz einbeziehen, damit dann überziehen wir die Folge ein bisschen. Wen interessiert das schon? Außer die Telekom, die sich freuen, dass sie mehr Daten holen darf. Hehehe. Ach ja. Oh ja, das sieht gut aus. Da ist noch einmal Quarz. Tja, war schön mit dir. So, das sieht aus. So, das ist ein Ding, wo ich nicht unbedingt reinschwimmen muss, glaube ich. Oder das ist sogar dasselbe, wo wir schon mal waren. Auf jeden Fall ist hier wieder eine Menge Quarz. Und da ist noch eine Ader. Und da könnte natürlich auch alles drin sein. Wo ist denn die jetzt gewesen? Da. Das ist aber, glaube ich, die sind immer Limestone, die wir am Rand sind. Oh, genau. Tutan. Popper on. Das ist, glaube ich, wirklich da, wo wir vorhin auch waren. Das heißt, das ist jetzt immer auch. Da unten ist eine gute Ader. Aber ich könnte mich jetzt umbringen, die Ader. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist da sogar nur Limestone drin, ne? Ist ja frech. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich mache es dann offscreen nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.